Willkommen zu unserer dritten Kochsession. Heute werden wir Gurwalejabal machen, auf deutsch ist das Palmzuckerreis. Das ist das so genannte Gurw, also Palmzucker. Ich wusste gar nicht wie es auf deutsch ist, musste ich auch vorerst googeln. Auf englisch nennt man das Jaggery, das hilft beim Kauf. Wie geht das nicht? Nein, 100 Gramm, aber 10 Gramm. Wie geht das? 1,5 Tassen Reis, dazu kommt ca. 300 Gramm Palmzucker drauf. Ja, und ein bisschen Salz. Eine Prise, bzw. mehr als eine Prise Salz. Was ist das? Ja bitte komm. In deutschem Gergetein? Ok, genau. 1 Teelöffel, ne? Ja, 1 Teelöffel. Genau, 1 Teelöffel Fenchel. Ok, hier ist schon das Wasser bereit. Also warten bis es kocht. Ok. Ok. Aber unsere Dekanike Akechi sind insgesamt Chaiyong, ja? Ja, es ist Kile Chaiyong, ja. Kokosnuss. Kokosnuss. Es ist Kugiribi. Ok. Und hier ist Pakistani Mewa. Genau, das sind Sultaninen aus Pakistan, haben wir von Bekannten geschenkt bekommen. Ja, und hier ist Badam geschnittener Mantel. Ja, und hier ist die Mitte mit der Teelöffel, wenn wir die Kugrwale Chaiyong mit der Teelöffel schaßen. Und hier ist die Kugrwale Chaiyong. Und hier ist die Kugrwale Chaiyong. Ok. Und hier ist die Kugrwale Chaiyong mit der Teelöffel. Ok. Also das in der Mitte, das ist der Früchte-Mix, nennt man das. Ich kann euch mal die Packung zeigen, so schaut es aus. Ja. Genau, das wollen wir auch noch hinzufügen. Ein bisschen Milch tun wir noch hinzu, damit sich die Farbe dann ändert. Aber es ist auch sehr gut, weil das Pahne bleibt. Ich habe die Kugrwale Chaiyong mit dem Kugrwale Chaiyong. Ich habe die Kugrwale Chaiyong mit dem Kugrwale Chaiyong. Ich habe die Kugrwale Chaiyong mit dem Kugrwale Chaiyong. Soll ich das auf vier machen? Ja. Ja. Ihr wisst gar nicht, wie viel ich dazu lerne, indem ich hier zuschaue. Ich habe keine Worte. Ich habe keine Worte. Wenn es der Worte abholt, wird es etwas zu verbrechen? Nein, es gibt noch einen Worte. Es ist etwas zu verbrechen. Es ist ein bisschen zu verbrechen. Es wird ein bisschen zu verbrechen. Wenn es der Worte abholt, wird es dann zu verbrechen. Es wird auch ein Worte. Jetzt werden wir die Wurzeln und die Wurzeln und die Wurzeln und die Wurzeln und die Wurzeln. Ja, 43 Gramm Butter Ja, das kommt mir schon an den Er ist für den feedsen Für den Teig ich euchное Ungefähr eine halbe Teelöffel Fenster Da drauf kommt jetzt Linsen Die liegen da vorne in der blauen Schüssel Ungefährten In 2 Grammm Linsen Linsen 16 45 Gramm Das Wasser spüren Okay, sehr gut. Aber ich habe es nicht mehr mit dem Sieb, weil da drin ist ja noch Fenchel und so, da muss jetzt auch nicht wieder rein. Und sonst hat man es wieder doppelt gemobbelt. Okay, das war noch mal was, Blumenwasser, gell? Ja, Gerawatte, was auch immer das ist. Also 1-2 Minuten kochen lassen und dann? Ja, danach kommt das Reis drauf und dann kann man es einfach mal garen lassen. Okay, jetzt haben wir die Deckel in welche Stufe gemacht? 2 Minuten. Okay. 10 Minuten, dann kann man es nicht mehr machen. Ja. 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 Jetzt kommt das Reis drauf. Ja. Jetzt kommt das Reis drauf. Ja. Ja, okay. Okay. Warten bis das Wasser entweicht und danach wird es gegart, wenn man es überhaupt gar nennt. Es gab keine Bälle. Ach so. Das ist aber eine Weiche oder was? Ja, das ist aber eine Weiche oder was? Ich habe eine Weiche oder was? Ja, das ist aber eine Weiche. Jetzt kommt dieses Früchte-Mix da rein. Wir haben halt drauf gewartet, bis das Wasser verdampft. Genau, zwei Minuten lang jetzt den Deckel drauf und garen lassen. Auf einer niedrigen Stufe. Und das ist so. Und das war's eigentlich auch schon, oder? Ja, schon. Und dann zeige ich euch später wie gewohnt ein Bild. Wie das dann serviert ausschaut. Oder Maums? Ja. Alles klar. Sehr schön, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und abonniert den Kanal. Ciao. Oder? 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 reich